Mein Name ist Alexander Foller, ich bin 16 Jahre alt, ich spiele im Sturm. Meine bisherigen Vereine waren in Fondsenweiler und ich bin in Ludwigsburg, ich bin jetzt in Backen, ich bin jetzt in Freiburg. Meine persönlichen Ziele ist, mich ständig weiterzuentwickeln und die Ziele für diese Saison ist aufgeschneidend.